Begepointed Wer ist Robin? Stefft Mach die Drohnen weg Ja ich mach die Drohnen, mach die Drohnen Begepointed Deine Frange Ich hab... Mach ich kein Damage mehr Du kannst auf den Range landen, Boss Du brauchst ja nur mit deinen Dings Soja, hau ab, ne? Geh weg, geh weg, geh weg Alles klar Ich rieche ein Schild gegen seinen... Laser-Bimage Müsse weiter Okay, ich bin langsam sowieso durch die Amor durch Aber er ist grad dagegen Ach Hyvian, also okay Geht der grad in... Struck Amor aktiv Fuck Ein bisschen spät, ne? Ein bisschen spät, ne? Babs alles drauf Ein einziger... Batetank Ein bisschen spät Ein bisschen spät Point 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 Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen Oh mein Gott, ich hab geschossen Oh mein Gott Der Mining-Boss, ja? Also... Das war grad zieht sein Booster einfach nur Der Mining-On-Grid-Booster Ich hab die ganze Zeit noch... Ich hab die ganze Zeit noch... Ja, ich hab die ganze Zeit Laser Das ist mein Alt in ner... in ner Mission, der die ganze Zeit beschossen hat Man... Cargo voll noch nicht... Die Leiche nicht regnet sich... Piss ich, ich muss alles an Ne, einer hat doch die Leiche schon Ne... Nichts an 100-Miller-Pot 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 Nice Also das war doch ne gute... 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 Rettungsaktion von dem Menschen noch Oben drauf Dachten sich bestimmt... Haha, alles klar... Freck-Roll... Kein Ding... Kann ich easy minern Hier nehmen wir noch einmal den... Einer den 4-Mann-Leg und so scheiß mit hier Und den Conti-Q Ja, ich... also dieser Daredevil... der... Wann hättet ne Cup reinfahren können... Das ist schon brutal... Auf was schießt's, oder? Gott... Auf was? Hab ich gefragt... Mining-Zones... Hier, den Conti auch noch... Ich hab das jetzt auch mobs, was du vorhin hattest... Das Ding ist ultra weit weg und spumpt mich irgendwie... Mh... diese fucking Asteroid... Oder hat jemand ne Guardian-Kutz oder irgend so was zum Rappen? Ja... Wenn wir im Home sind... Wenn wir im Home sind... Kann ich eine bringen... Lass uns Ju1 treffen... Ey Isch, Alter... Du hast... Du hast 12.000 Damage gemacht mit deinem Ding, Alter... Ja sicher... Das ist halt OP mit Beta-4-Gun... Ja... Und ich hab die ganzen Drohnen geeifert, ja... Mit meinem Vap-Pot... Ja, ich auch... Alles tot... Das war bestimmt mein Profi-Web, aus dem Daredevil... Das war einfach der... Gewinnbringer in dem Fall... Naja, ich war ja noch... Ich bin jetzt so ein Typ in den Arm umgegangen... Ja, ich nicht... Mich hat da natürlich nicht getroffen mit meinem Profi-Daredevil... War aber, Alter... Das ist einfach noch ein bisschen kleiner...